So, wie sieht's mit dem Fleisch aus? Immer noch sehr wenig, ne? Schweinesteak. Ah, deswegen. Ah, ja, 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 ja. Das heißt, wir müssen ja auch noch dann natürlich Schweinezuchtbetrieb hier aufbauen. So, wie sieht's hier mit dem Brandschutz aus? Nicht so gut, ne? So, wie sieht's hier aus? Hier ist auch kein Brandschutz, ne? Ja, wir kriegen ja Personal. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht zu sehr verrechne. Und wie sieht das hier mit der Einsturzgefährdung aus? Nee, die ist abgedeckt, ne? Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Alles klar. Was macht denn unser Fleisch? Nix. Nee, also Brot haben wir genug. Wir haben nicht ein Problem mit den Schweinen. Wieder was eingestürzt. Ich hab gerade noch nachgeguckt, ne? Das ist ja mal ein Problem. Ich hab gerade noch mal ein Problem. Ich hab gerade noch ein Problem. Ja, ich hab gerade noch nicht. Ich hab gerade noch mal ein Problem. Ich hab wieder mit dem Schweinen. Ich hab gerade noch mal ein Problem. Was ist denn meine Minerva? Ich muss mich, glaube ich, mehr um meine Götter kümmern. Die sind doch sehr, sehr rachsüchtig. Das muss ich ihnen lassen. Ist nicht gut. Ich muss mich, glaube ich, mehr um meine Götter kümmern. So, mal eben gucken. Gehalt machen wir noch. Das ist okay. Hier ist alles soweit. Schweinefarm muss noch erhöht werden. Grünerfarm wird erhöht. Traubengarten wird erhöht. Karottengarten wird erhöht. Zwiebeln werden noch erhöht. Arztpraxen können wir erhöhen. Feuerwachen können wir erhöhen. Ja. Weil wir kriegen ja immer noch Personal rein. Ja, ich muss wirklich regelmäßig für die Götter was tun. Fleisch wird aber auch nicht besser. Und immer dieses wir gehen. Wer hat denn keine Unterkunft? Weil hier, das sind doch meine Unterkünfte. Oder geht's um die? Machen wir jetzt hier eine Götternummer nach der nächsten, wa? Wir verdienen Geld. Das ist okay. Was haben wir hier? Verbrechen. Arbeitslose Bürger. Löhne der Arbeiter. Soweit sind die doch alle. Aber so siehst, keine obdachlosen Bürger, ne? Und meine Patricia ist alles auf 100%. Hier will ich nicht. Weil, wissen wir, ne? Dann hab ich ja noch mehr Arbeitskräfte. Wo ich ja nicht weiß, was ich mit denen machen soll. Gleich. Hier gibt's ein bisschen Sorge, Fleisch. Fleisch ist ein großes Problem. Ähm. Ähm. Können die ja schon mal glücklich sein, ne? Dieses Haus hat nicht genug Essen. Mhm. Ja, ihr müsst ja auch nicht so viel fressen. Ach, Ceres, du hast ja... Ich bin doch dran. Alte Krähe. Jetzt macht ihr wieder alles kaputt, die Alte. Weißer? Schlimm. Also, Mädchen, ich hab dich im Auge. So ein bisschen weg, du alte Schandmeere. Ja gut, dann wollen wir mal die Götter ein bisschen besänftigen. 50. Wir müssen, glaube ich, noch Centurios herstellen, ne? Ja, es fehlt Fleisch, da ist generell ein größeres Problem. Jetzt müssen wir nur gucken, ähm, was haben wir denn? Wir haben 72 Schweine. 71 Schweine. Stoffe. Ach. Ihr habt aber auch alle Wünsche. Womit fangen wir denn mal an? Ist ja nicht so alt, als wenn ich übertreiben würde, ne? Nein, du übertreibst nie. Hauptsache, wir machen noch bloß. Weil, dann können wir so langsam hier mal gucken, dass wir das hier zum Beispiel aufgewertet kriegen. Das heißt, wir können ja hier zum Beispiel noch so einen schönen Plaza hinbauen. Jetzt fressen die mir schon wieder den Weizen vorm Kopf. Das ist doch nicht normal, oder? Ach so, weil ich so viel Schweinefarben gebaut habe. Whoa, oh! 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 jetzt habe ich aber glaube ich wieder richtig bedarf oder ja doch schon wieder was brennen wir haben noch ein fest ja nun ihr müsst doch mal ein bisschen schneller feiern finde ich können wir denn hier im kolosseum schon was schönes machen 700 aber die sind noch in ausbildung die hätte ich gar nicht machen müssen weil dafür bräuer und wagen drin das ist ja hier so ein riesen ding würde sich hier fast schon anbieten nimm doch mal den wachtturm und stell den hierhin nimm doch mal die feuerwehr stell die hierhin und nimm mal den brunnen bewegt ihn da so und jetzt haben wir eventuell glück entschuldigt so jetzt können wir nimm ich eventuell dieses event hier rein bauen zirkus maximus will gar keiner haben ist aber egal ok so was macht ihr meine minerva so gucken wir uns das auch mal an den zirkus maximus wenn das nicht die zufriedenheit steigert weiß ich aber auch nicht obdachlose bürger wer ist denn hier obdachlos auf geht's bremsen auf der außenbahn hat ja pech war schaffst das und wer gewinnt wer gewinnt wer gewinnt aber wenn das nicht zur freude beiträgt weiß ich überhaupt nicht wieso arbeitslose bürger verstehe ich auch noch nicht so ganz ah ja gut ich muss mal mich leider kümmern weil hier sind irgendwelche leute arbeitslos beziehungsweise ist wieder was runter gestuft worden warum ok Okay. So, 100, 100, 100. Er braucht auch noch irgendwas Schönes. So. Ja, haben wir doch wieder genug Platz. Jetzt gibt es auch nicht so viel Arbeitslose. Das ist ja mit Apollo. Der ist ganz zufrieden. Er hat schon wieder schlechte Laune. Komm, dann geben wir ihm mal was. Wie sieht es denn generell aus? Uh, so langsam kommt es. So langsam kommt es. Die müssen ja nur beliefert werden. Also man sieht, so eine Stadt kann sich entwickeln. Muss man natürlich alles ein bisschen schöner planen. Gar keine Frage, ne? Äh, was ist hier unten mit der, ähm... Was ist mit dem Zustand? Ne, du bist noch drin, ne? Also hier ist alles noch im Wartungszustand, ne? Meine Wagenbrüche ist im Wartungszustand. Ich kann leider nicht weiter raus. Hier ist nur eine, eine, eine fällt, die nixigute. Ist alles, alles in Erwartung. Hm, okay. Stoffe müssen wir uns noch drum kümmern. Das scheint ein Problemchen zu geben. Aber, das ist ja nicht das Problem. Das müssen wir hier finden. Dann machen wir nämlich hier... Gucken wir mal. Leinenfeld, 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 Leinenfeld. Stoffe. Und nochmal... Stoffe. Weil das ist ja mit Möbeln. Ja, Stoffe fehlen. Möbel 17. Hm, okay. Ausrüstung haben wir mehr als genug. Alles klar. Essen ist wichtig. Ist soweit da. Kohl fehlt mir noch so ein bisschen. Der Helmut, weißt du? Ähm. Kohl. So, dann füllen wir auf. Euch. Weberei füllen wir auf. Leinenfelder füllen wir auf. Dann machen wir noch eine Möbelwerkstatt. Dann haben wir davon auch immer genug. Und jetzt muss ja nur noch wachsen. Hier, 138. Ach, Scheiße. Wie soll die denn alle unterbringen? Naja, egal. Die wollen ja auch alle fressen. Das ist ja das Schlimme, weißt du? Okay. So. Mars. Ein Fest für Mars. Ja, wollen wir mal ein bisschen kämpfen, wa? Ja. Das ist ja. Okay. Hier greift auch breiter Front an. Und los, mal gucken was passiert. Die scheiß Bogenschutze, weißt du? Die reiben mich ganz schön auf. Aber im Nachhinein, da kriegen wir sie. Bloß Schnetzel zu weg. Ja, hat ein bisschen Federn gelassen. Aber was willst du machen? So, wir haben den Auftrag erfüllt. Ach, das ist ja schön, guck mal. Ja, dann gehen wir doch gleich zur nächsten Aufgabe. Und so einfach ist das, weißt du? Ja, super, gut. Also, das ist das, was wir dann in der nächsten Aufnahme machen. Und dann machen wir es an der Stelle kurz. Wenn euch das Spiel gefällt, wie gesagt, auf Steam könnt ihr euch das natürlich mal eben kaufen. Und ich kann ganz klar sagen, es macht eine Menge Spaß. Es funktioniert sehr gut. Und ihr seht ja auch, es ist beherrschbar. Also insofern alles easy. Und vielleicht auch eine gute Vorbereitung auf das neue Arno, was da kommen soll. Aber das ist hier nicht das Thema. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Zitterdämmel. Oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. euch nach ihr Tun 2020 Wir crown euch nano footage auf Zitterdämmel. hazır Ein durchs SUIT bis zum nächsten Mal. Macht euch da shovel. Bis zum nächsten Mal." Dies ist super vorbei.